ja und willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play tells office peria die definitiv edition und ja wir sind hier in der ist der ort sehr bockram die gefallene stadt und ja wir haben in den letzten folgen hier noch ein bisschen ja uns umgesehen und ich habe diese dinge hier gefunden diese passwörter oder teile von irgendein passwort und ich hoffe wir haben wir brauchen nur drei weil drei habe ich moment und ja jetzt mal meine materie oder auch nicht und auch freien hier mal nach ja schon jetzt mal ausprobieren gut egal so wir gehen jetzt mal herunter weil unten war so eine maschine und ich hoffe diese passwörter die war gefunden haben werden hierfür gebraucht sonst wüsste ich jetzt nicht genau wo wir hin müssen ich glaube weiter ging es irgendwie nicht mehr also ja auch normal und hoffentlich haben wir auch brauchen wir auch nur drei also ich habe nur drei gesagt wenn ich nicht genug habe dann müssen wir halt hier noch ein bisschen rumrennen und irgendwann wird ausgelöst gut dann kann man ja dann kann man ja dann kann man ja ich bin man ist bestimmt die treppe habt ihr gesehen wie groß sie ist so so Ich hab, das ist das AR. Und ist er? Wie sieht das AR aus? Obwohl es die LDr. hoch abgehen ... So wie gesagt, es hat Ester gesprochen, dass er so glücklich ist. Oh ja. AR gibt es bei den Frauen im Übrigen, vor allem Menschen. Etwas, es ist mein Schwäch. Was ist das? ich habe schon ja vergessen ja den ganz genau und hinweis 1 licht himmel kugel bitte kann man eingeben ob es war aber nichts warum nicht nicht himmel kugel nach sonne licht himmel kugel hat licht himmel kugel wir müssen ein deutsches wort eingeben ok wir müssen also nicht das kennen wir eingehen müssen also herausfinden was sagen könnte der licht himmel kugel licht himmel kugel kann er noch sonne sein oder licht himmel kugel licht himmel kugel kann auch in die sonne sein oder was er noch was er noch was hat er noch licht ist im himmel und ist eine kugel aber ich war seine wir wissen auch hier anwalt zutritt verboten außer hat heißt hier natürlich wieder irgendwie anders oder so ne man richtung abwissen licht himmel kugel und karte licht himmel kugel 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 da bin ich ja jetzt ganz blöde arbeit da warst du mich hier entdeckte forschung zum zieht das wort licht steht drauf geschrieben sort himmel steht aufgeschrieben wird kugel steht drauf geschrieben da kann auch nur die sonne sein oder welchen anderen recht anderen sprach ist so weiß ich kann man nur sonne sein oder bin ich jetzt ganz blöde oder war jetzt weil ich welchen ding stein tatte als ich hier klapperle an leerzeichen dahinter war willst mich nicht verarschen ja 56 minuten verschwendet gewesen morgens Das ist das Blastia, wie das Blastia. Wahrscheinlich, dass es das Problem ist. Was ist das? Die Frau von Ephemid und Kapuanole. Sie sind verletzt, oder? Wenn Blastia verletzt, dann wird die Erl-Kiongung des Blastias nicht verletzt. Das ist das. Was ist das? Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Das Kind... Was? Das ist das Gehirn? Gehirn! Was? Die Begegnung! Der Begegnung ist hier. Aber ... Was? Die Begegnung wird! Alles. Ich bin die Begegnung, weil ich... Begegnung, Begegnung. Das ist ein sehr starkes Begegnung für die Begegnung. Ich werde einfach nicht erinnern. Aber ... Was? das wird genau das passiert oder ja weil ich kann also mal von klar genau wenn jemand sagt hat wird schon nicht passieren damit dann auf jeden fall passieren was ich bin ich bin ich bin ich bin es ich bin es ok wieder der rachenreiter betritt ja wieder auspicken ja sogar da muss ich glaube nur was für okay es war nur in die luft geschlagen aber das gerade passiert wir haben es auf jeden fall drauf wenn wir wieder gehen jetzt was wir müssen ja viel kämpfen warum ich war noch gerade da habe hat aber die musik kenne ich wird denn der so exil ja glaube ich habe gespielt man muss ich allein gegen natürlich kämpfen sehr gut glauben aber aber keiner weg zum stehen okay und karen kommt nicht und hilft uns wahrscheinlich nicht nämlich jetzt mal an noch mal die schon aus wenn er nichts zum klauen was ich da schon wieder am boden da bist du anfällig gegen wasser und wind gut feuer und wind zeichen sind schwer zu lernen er ist eigentlich nicht so stark wir haben ja fast gar nichts abgezogen und jetzt war deine magie bitte ein und da ist ein sehr langsamer gegner also wir müssten wir schon hier kaputt kriegen und ganz normal bitte ja auch magie einsetzen rita ja also davon warum tust wir noch keine magie einsetzen ich krieg jetzt hier nicht auf reihe ich habe gleich die wahl habe ausweichen ist hell gut jetzt bitte deiner ding seien eine heilung kampf ich mit war zu feige ist nicht waren gerade wo die dings hier zuschauen die ja klingen war ja irgendwie zu erwarten sonst hat ab jetzt bin ich betäubt ist klar und hat nur so viel ap wir gehen das schon wieder ja ich habe keine tippe fahrts bitte ganz ruhig ein bisschen spamm ist ja warte ich habe falsche ging es eingesetzt aber was zum leute macht ja auch echt nicht warum warum tut sie pflegen warum ist nur als umgestellt stand voller arzt warum warten jetzt schon wieder abgestellte aber noch nie verändert oder wieso sind in denen seine dinge wieder voll hier seine kritische schlag oder war immer das kann es ja irgendwie nie einsetzen so wie ich glaube wie er aussieht war ehrlich immer wenn ich meine dings gerade anhaben verarschen er ist auch von unfair gewesen ist das nicht so stark wie gattuso er ist auch von mir aufgestanden war daran tolle danke ich habe gar keine tps klar warum heilst du weil das eigentlich los mit euch war niemand weiß wie man kämpft habe ich sorge für heilung warum sieht das nur warum halt nur so wenig alter macht hat schaden so gemacht wie zum teufel kampf ja ich bin da ganz hin und er trifft mich immer noch warum jetzt weiter krankenschwester ein oh mein gott so leicht tote ist da bin ich an auch sehr gut okay immer nach dem bus kampf wir haben die geheimen missionen bekommen wo ich nicht verstehe was das bringen sollte das einmal umgekehrt dass er direkt auf ok ich gehe dann mal weil wo karl ja war aber nix er steht davon das ist fein warum habt ihr eigentlich nicht gegen mit man sagt man hat die gruppe verlassen er hat wahrscheinlich wieder so darauf andeuten weil die ja gesagt haben von der jagd klinge also die eine aber immer wenn es grenzt sich wird rennt da weg und das soll sozusagen jetzt darauf hindeutende vorstellungen also ich weiß wie rollenspieler machen ich habe genug von den gespielt wir haben schon wieder die ewig lange treppe gehört der kampf der war hart aber nicht unmöglich gratu so unmöglich also ja bin ich ist okay so ich glaube wir sollten trotzdem ein bisschen mehr trainieren strategie deswegen hat sie nicht war voller arzt aber abgestellt ich kriege hat mich ich habe wieder ja nicht auf reihe naja karo so ich doch Was ist das? Was ist das? Das heißt, wenn du bei Harul bist... Ich weiß nicht, dass du bei Harul bist. Wenn du keine Angst hast, dann kannst du wieder zurückkommen. Das heißt... Du kannst mir nicht erklären. Du bist bei mir. Du bist bei einem anderen. Was? Alle... Karol, ich bin frei. Ich bin frei. Du bist wie bei mir. Ich muss mich nicht verletzen. Ich bin bei mir. Ah, ich bin ja. Ich habe mich gemacht. Ich habe mich genauer gedacht. Ich habe mich geregelt. Ich mache das mal. Ich mache es mal. Ich mache es mal, Karol. Ich habe es schon wieder疲ert. Yuri... Aber es ist ein ganzes Geheimnis. Es gibt keine Blatt-Aliance. Es ist wirklich... Ich glaube, dass die Mannschaft nicht mehr bemerkt. Mannschaft... ... ist das... ... so... ... ... der Mannschaft! wieder ganz schöne aggression manchmal spricht ihn aber irgendwie niemand darauf an er krankheit これだから素人 rはこの世のあらゆるもので影響を与えるのよ 人の生命活動や生物の成長それから天候にだって ならラゴーの屋敷にあった天候を操るブラスティアは r に干渉してたってことです そういうことになるわね で今は r が俺らの体に干渉してるってことだな 我慢できる程度だけど このまま濃い r の中に平気なの marina kreiner 方がいいわ 特に成長とちゅうのあんたみたいな緊張ね rの影響が強く出るか なるほど soいう理がつか weil sie ja mit ihr rotzenhasen sie und ich muss immer reinpacken oder sie und carol sind die jüngsten irgendwas wollte ich gucken wir bringen bekommen glaube ich eine magische raucher bekommen schild nicht die verteidigung während des kampfes immerhin hat mal hochgeschwindigkeit wer eigentlich was für ihn okay wir müssen sowieso ein bisschen level habe ich doch gefühl hat aber du setzt kann aua wir sehen mich die alle weggeräuern ab und einschlag danke der move hatten wir auch gebrauchen können danke carol auch auch okay dass man jetzt das ist hin müssen wir zurück oder müssen wir zur nächsten stadt hier schon vorbei gegangen sind letztens auch da wir sollten aber definitiv noch mal zurückgehen ich glaube haben noch nicht alles hergestellt auf den freundlichen hintern rein erwartet da war da war gerade ich habe mal erst verteidigung kitzsch abwehr gut der drachenfreak dieser dann würde ich weiß wer das ist sie hat jetzt endlich mal hier gelevelt sauber plus das kann ja mal mein gott laufen die mit voll schwachen sachen darum haben wir noch so lernen müssten und also was ich muss hier ein bisschen lernen kein bruch aber ich lese mal kein buch sie hat verteidigung hoch wird abwehr rückschritt ja wir kommen ich ja ja jetzt sieht so komisch aus wir müssen ja ja auch mal okay nicht offensichtlich ich habe gesagt es ist offensichtlich ja pari näher soo ja naikato omottetan doch sonno karelau dozer nudesta ich meine chime様 yukai no tsumi de jatsaki des Komm schon hier! Estel! Die Hähne sind da. Rieuri-Lowell und den Hähnen. Wir haben den Hähnen. Sie sind! Sie sind! Sie sind! Sie sind! Sie sind von mir. Sie sind von mir. Was ist das ein Wander? Es ist ein Wander, aber es ist ein Wander zu verabschieden. Aber ich habe das vorhin gehört, dass es ein Wander zu sterben ist. Ja, was ich an das? Was ist das Wander zu den Verletzungen? Was ist das Wander zu verabschieden, und das Wander zu verabschieden? die einbein spieler wie erledigen die 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 das die die nicht die haare nicht die wunderschöne und folgen hat die gruppe verlassen so sind wir jetzt wieder in dieser einstatt 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 nicht mal jemand der auf uns hörte einstatt von anfang an irgendwie erst einmal gesehen habe einstatt da sehe ich schon wieder wunder koch und der koch du hast mich gefunden du bist ziemlich gut so zeigte wie man kocht jetzt habe ich die einen mit meiner pfanne über fisch mit miso soße ich gebe das hier zum üben ich muss los wir sehen uns meinem planet braucht mich das nächste mal besser auf ich diesmal lasse ich dich gehen ich werde mich ja nicht erinnern die euro anscheinend ja jetzt sagen wir mal aus da ist ein stern gibt es einfach nicht die ganze zeit ja ich nehme an wir sind jetzt in diese andere stadt oder gebiet auch fest und weil auch immer etwa einstattung für zu ziel bis zum ziel durchzahlen ist genau das was anstrengende leute heute kommen solche sachen und sterben ein unbekannt das ganze geschichte in deutschland zwei jahren von leuten gegeben genau die regierenden und die regierten da kann ich nicht hin nehme ich an okay wie ich ihm daran nicht mehr es geht wir hoffen wir werden das Du hast es gut, was du? Du bist nicht ich, oder? Das stimmt. Wo ist das? Das ist die neue Stadt, Heliodo. Das ist die Stadt, Trimco und Dungrest. Das ist die Stadt, die noch nicht geöffnet werden. Wenn du in die Richtung gehen kannst, ist das Karvokram. Wenn du in die Richtung gehen kannst, ist das Dungrest. dass ich von allen getrennt aufstehende die auferstehende stadt heliot okay dann zur gaststätte müssen wir ja und ist dann erwarten kann ich zurück zu einem jahr klingen das mache ich nur das weiß ich auch nicht wof das bastia der stadt der ersten balken des kreers eines flinden glaube ich und dieser loder typ das heißt wir gehen erst mal daran und jetzt wieder raus mir der neuesten stadt im reich die stadt wohnen arbeit die dritte die über sie machen und ja liegen die über alles herrschen da muss ja lustig hier sein das war ein punkt ein balken entsetzen bringt 0,5 punkte punkte holz wird vielleicht auch du in den alt alt stand oben okay das ist ja durch diese stadt kaum ein adeliger zu werden noch 100 jahre fast aller wichtigste auf ein punkt sich als kleinere tätigkeiten ja darum das verboten bewegt sich ja wir dazu erwachen ist eine schreckliche aufgabe ist wegen irgendwas beruhigt die beste arzene gegen sorgen ist ein ist harte arbeit genau sage ich auch immer diese niedrige arbeit langweil mich zu tonig und nennen meine schicht endlich okay das ist gar nichts ja von dem liegt dass sich von den ausgang einer seite im schiff braucht sollte dorthin man macht mir hier ja 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 Ich glaube, Sie sind wohl hier. Yuri, ich habe ein wenig zu sagen. Ich habe mich nur mit deinem Gehirn gemacht. Das ist gut, Fray. Ich habe mich mit Esterize gemacht. Ich habe mich schon gehört. Ja. Ich habe mich mit Esterize gemacht. Das war's für mich. Das war's für mich. das wäre die erste lese und prinz sogar schon gedankt sie so nicht streiten uns nicht oder so eigentlich kommen ziemlich gut miteinander aus warum noch nicht wie er noch jeder andere tier heiratet oder irgendwie heiratet die dinge sehton folge übernimmt aber wahrscheinlich ist irgendwie sowas auch geplant irgendwann so läuft dann normalerweise warte warte du die alle begnadet worden nein kein bock Ich bin ich weissens heilen oder irgendwie so was außerhalb des bildschirms muss man gehen ok ich verliere da ist ein herm wieder weg sicher doch der explosion sagen aus dem kreis nach einer karen hat gedruckt hält verbraucht man überlebt aber die geben wir wahrscheinlich jetzt wieder auf das war ja so war hat sie ja schon wieder hier endete von 30.000 sie sind alle 15 ich habe schon ein paar mal gegen euch gekämpft ich weiß wie er abläuft da muss ich euch eigentlich jetzt mal wieder hier analysieren ich tue ich mal hier einfach schon einmal gegen die verloren die waren ja gar keinen schaden wir machen aber auch echt schaden aber noch mal zwei gegnerin wenn ich auf einen losgehen dann kommt immer direkt der andere jedes mal ist es das gleiche ich kann einfach nur den ihr machen so einzig was mir einfällt so schwachst du mich immer das gibt es jetzt einfach nicht diese fütter dann wird mir auch nichts irgendwie zu blocken oder so ich werde aber nicht mal gegen euch verlieren hätte aber gerne war das war natürlich die einzige möglichkeit ich weiß diese typen zu erledigen das wahrscheinlich voll peinlich aber ich mache woche naja ich kann einfach weg tschüss erst mal ein mischgummi ein muss ich echt hier noch sehr viel höher gelevelt sein diesen zeitpunkt oder was ich werde bestimmt gleich kitzscher treppe oder so machen können ein paar junge ist einfach nicht so ging einmal ich hatte wohl zu schaffen oder da ging eines super einfach mehr aber weil das ist nicht so einfach mehr aber weil das ist nicht so einfach gegen die beiden kämpfen muss das ist das nicht auf reihe fast hat mich noch mal eine neue seite jetzt mit dir aus hier zu roger stärker und schwert um damit kann ich die auto verkaufsachen gut aber ich brauche hier ein paar sachen kann auch mischgummi kaufen aber erst mal jetzt ein jahr aus roger axt extra kaufen kann ich aber noch nicht ausrüsten da hätte mich ja nicht vorher einkaufen lassen können dann will ich hier hat schön mich vorbereiten können roger axt habe ich doch kauft man muss ich erwarten wie sich hier meine leute habe der brille kann ich herstellen da kommt warum nicht sehr viel verdienst 15 mal so viel geld hat kenne ich noch hat will ich vielleicht haben kann ich aber nicht die übers jacke dadurch irgendwie dieses zeug hochgelevelt liebes attacken ok das ist sowas im tese wissen diese komo regal für das augen ritter aus der adeligen oberste ich glaube die adeligen haben nichts mit der wahnkreise klasse zu tun jetzt ja noch mal von morgens und abends gut weil ich tun wir uns erst mal heilen da kommt eine katze aber jetzt kommt eine katze ich wollte es eigentlich gerade wenn das ist so gut schweig schweig das ist für sie das gar nicht zu kalt an er denkt er wird als gar nicht sagen wir werden die part hier in der nächsten folge jetzt weiter mit jetzt etwas mehr und ich bedanke mich für alles für zuschauen sage tschüss bis zur nächsten folge